Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr ganz einfach eure eigene Dateisynchronisation, also quasi die eigene Cloud im Heimnetzwerk, aufbauen könnt. Diese hat einige Vorteile gegenüber Cloud-Anbietern im Internet und genau darum soll es in diesem Video jetzt gehen. Ich habe jetzt fünf Gründe zusammengetragen, warum es sich lohnt, zu Hause im Heimnetz eine Dateisynchronisation zu betreiben. Die Liste hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür habt ihr ja die Kommentare, falls euch zusätzlich noch was einfällt. Ich habe auch die Punkte nicht gewichtet. Das sind jetzt einfach fünf Punkte, die mir so eingefallen sind, warum es Sinn macht, zu Hause Dateien selber zu synchronisieren. Und wenn ich jetzt Heimnetz oder zu Hause sage, heißt das aber nicht, dass das nur im Heimnetz funktioniert. Ich habe ja SyncFing gezeigt, dort werden Relay-Server eingesetzt, die auch eine Synchronisation im Internet ermöglichen. Also sobald ihr euch aus eurem Heimnetzwerk rausbewegt, funktioniert die Synchronisation trotzdem noch, wenn ihr das nicht extra deaktiviert. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Meine persönlichen Daten werden bei klassischen Cloud-Lösungen wie OneDrive oder Google Drive außer Haus gegeben. Nutze ich die amerikanischen Anbieter, ist das Ganze noch einen Tacken schlimmer, denn aktuell gibt es ja gar kein Abkommen mit der EU, wie Daten geschützt werden können. Und die amerikanischen Geheimdienste können ja auch auf die Daten im Ausland zugreifen. Man verlagert also die Kontrolle über seine persönlichen Daten automatisch. Egal ob man jetzt einen amerikanischen oder einen deutschen Anbieter nimmt, die Daten werden außer Haus gelagert. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Cloud-Anbieter kann eure Daten löschen. Das höre ich zwar ganz selten mal irgendwo als Kritikpunkt, aber ihr habt ja eine Software auf eurem PC laufen, zum Beispiel von Google Drive. Und wenn ihr jetzt im Internet eine Datei löscht, also ihr geht zum Beispiel im Browser auf Google Drive und löscht die, dann wird die natürlich durch die Synchronisation bei euch zu Hause auch gelöscht. Das heißt, ihr habt grundsätzlich eine Software bei euch auf dem PC laufen, die ja Dateien löschen kann. Wenn jetzt beim Anbieter irgendwas schief geht, könnte die Software quasi wild werden und bei euch lokal was löschen. Und wenn dann die Wiederherstellung aus der Cloud nicht funktioniert, dann sind die Dateien weg. Ich weiß nicht, ob sowas schon mal realistisch passiert ist. Es war aber auf jeden Fall mal in der Diskussion, ob bestimmte Hash-Werte von den Ermittlungsbehörden zum Beispiel an die Cloud-Anbieter übermittelt werden, damit diese Dateien generell nicht auf den Cloud-Drives überhaupt rumliegen können. Da wäre das dann ein realistisches Szenario, dass quasi aus der Ferne Dateien bei euch gelöscht werden. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ein zentraler Cloud-Server ist eine Zielscheibe. Wie meine ich das? Naja, dort liegen im besten Fall verschlüsselt ganz viele Dateien von ganz vielen Nutzern rum. Und für Hacker ist das natürlich ein lohnendes Ziel, Angriffe darauf zu fahren. Im schlechtesten Fall entdecken Hacker eine Sicherheitslücke, die alle Nutzer betrifft von der Cloud. Das wäre für die Hacker natürlich ein wahre Goldschatz. Sie könnten auf tausende Millionen Dateien von Nutzern zugreifen. Wenn ihr eine Cloud im Heimnetz betreibt, ist einfach die Gefahr, dass ihr zur Zielscheibe werdet, nicht so groß. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt jetzt nicht irgendwelche wilden Freischaltungen bei euch ins Heimnetz rein, aber davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Kommen wir zum vierten Punkt. Die Cloud ist eigentlich relativ teuer. Wenn ich mal überlege, dass zum Beispiel 2 Terabyte bei Google 10 Euro im Monat kosten, dann bin ich bei 120 Euro im Jahr. Und wenn ich jetzt ein 4 Terabyte Festblatt oder ein Raspberry Pi kaufe, dann bin ich so nach eineinhalb Jahren mit den Kosten eigentlich wieder raus. Und ab da mache ich dann Gewinn im Vergleich zu der Google Drive-Lösung. Der fünfte Punkt ist jetzt wahrscheinlich eher so ein deutscher Punkt, nämlich die Internetbandbreite gegenüber der Bandbreite im Heimnetz. Im Heimnetz habe ich normalerweise ein starkes WLAN und eine Verkabelung, wenn es gut läuft. Damit habe ich hohe Übertragungsgeschwindigkeiten meiner Daten und Dateien. Muss ich meine Dateien jetzt aber zu einem Cloud-Anbieter wie Google synchronisieren, dann steht da mein ISP erstmal im Weg. Und in der Regel haben wir ja asynchrones DSL in Deutschland. Das heißt, die Upload-Rate ist nicht besonders hoch. Die meisten Upload-Geschwindigkeiten in Deutschland bewegen sich so im einstelligen Mbit-Bereich. Und da kann es bei großen Speichermengen dann doch zu einer ganz schönen Verzögerung beim Upload kommen. Habt ihr die Cloud im Heimnetz, dann geht das natürlich viel schneller. So, das waren jetzt meine 5 Punkte. Hier nochmal im Abspann die Videos, die ich zu Syncfing gemacht habe. Wenn euch mehr als die 5 Punkte natürlich einfallen, dann ab in die Kommentare damit. 凍 Wenn euch das einzige Mal Ihres Abbr sotto aus, dann 해� ich das mal einfach zurück. Da offen werden wir ihnen dann vielleicht noch estimate. god Untertitelung des ZDF, 2020